Ich glaube, ich spinne. Oh mein Gott. Dann halt nochmal. Dann beweise ich halt meine tolle Taktik nochmal. Ja, das war gerade nix. Das mit dem Weg hier hätte man irgendwie auch schöner lösen können, finde ich, aber von mir aus... ... das ist zweckgemäß, würde ich sagen. Dann wäre es halt jetzt, glaube ich, auf dem Gameboy auch nicht sein. Ja, obwohl... ... man kann ja jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. So. Diesmal spreng ich genau, lieber... Ja, genau, lieber verliere ich so'n... ... so'n Endlosaffen. Ne, net nochmal ne Ebene, komm. Ne, komm. Das ist doch, jetzt wird's blöd. Aha. Okay. Von mir aus. Dann halt so. Zuerst mal ein bisschen blöd rumwurschteln und dann... Oh, mein Gott. Da unten könnte es zum Bonus-Level gehen. Wir schauen nach. Warum? Weil ich keinen Bock drauf hab. Äh... Ja, da geht's sogar zum... Nein! Ja! Gott sei. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ich war jetzt gerade in der Luft, Leute. Und jetzt, komm mir ein Haien gegen. Ja, das ist sehr schön. Wie nochmal inzwischen... Och, Mann. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich hoffe, das ist bloß ein böser Scherz. Wie oft denn bitte noch? Aha! Ja. Mhm. Ja. Ge-g ut-gut-gut-gut-gut-ja, genau. Genau so denke ich auch darüber. Oh, Leute. Also, ein geringes Maß ist okay, aber... Das geht ja schon weit drüber. Äh, wie soll ich denn da rauskommen, bitte? Ach so, vielleicht. Nö. Jetzt, oder? Äh, jetzt Ich muss ganz an die Seite So und so Geht nicht Mach ich irgendwas falsch? Hä, wie soll das funktionieren? Ich kann doch niemals so weit raus Hä? Oh, und ich dachte, es wäre zu Ende Och, Mann Oh, das geht einem so auf die Nerven Ich hasse sowas Ich habe es dann noch ertragen, solange es human war Das sage ich mal, aber jetzt Jetzt geht es einem wirklich bloß noch auf die Nerven Oh, Mann Bitte sag mir, dass es das Letzte ist Ich komme ja nicht mal raus Hier, wie soll das? Ich komme doch gar nicht Da, wenn es da hingeht Nee Da in die Ecke Wenn es da in die Ecke geht, muss ich sofort drauf springen Ja, genau so Och, das ist doch ein Quatsch Hier Ja, und jetzt noch fliegende Schweine kommen Ja Und mir den ganzen Scheiß entgegen Oh, kotzt es mich gerade an Dieses Scheiß-Level, ganz ehrlich Wenn ich es dann halt auch nicht treffe, dann So Du stirbst jetzt ganz schnell Ja, komm Nochmal ein paar Schweine Scheinbar nicht Aber ein weiterer Weg Jetzt kommt doch bestimmt wieder was, oder? Eine Biene da unten Da muss ich doch bestimmt hin, oder? Äh, nein, aber da will ich nicht Oh, nein Ne, das ist Das ist ein Witz Das ist ein schlechter Scherz Da kann ich das K anfangen Ne, das geht einfach nicht Das ist Physikalisch un... Ja, komm Platziert die Biene bitte noch ein bisschen Ne Einfach nur nein Es kann doch nicht sein, dass es da erst mit dem K anfängt Aber ich meine, wie lange soll das Ding gehen? Das heißt, ich habe schon nach dem ersten Äh Nach dem ersten Viertel keinen Bock mehr auf das Level Ah, Mann, nein Denk doch mit Jetzt Oh Ich muss mich da verlesen haben Die müssen sich da Ver... Habe ich jetzt null Leben? Ja, habe ich Oh, nee Ganz ehrlich Ich bin kurz davor, hier einen Safestate zu setzen Wo ist immer Welt 4, gell? Nee, Welt 3 Oh, ich habe doch... Ah, gut Ein Leben Das Level ist so schwachsinnig, so Endlos schwachsinnig, ganz ehrlich Also ich lasse mir solche Level gefallen, ganz ehrlich Ich lasse mir auch solche Schieberätsel gefallen Die sind dann zwar immer ein bisschen nervig Aber von mir aus Ist ja auch eine ganz lustige Idee, aber So ein ewig langes Level daraus zu machen Nee, das... Das kriege ich gerade gar nicht Aber vor allem mit diesen verdammten Schweinen überall Ach komm Ja, komm Das war mehr Glück, als ich verdiene Wie ich halt das Problem nur verdopple Indem ich drüberspringe So, nach oben mit dir Ja, genau Da ist diese verdammte Biene wieder Und mit der ich immer noch nichts... War das die? Nee, das war nicht die Das war eine andere Biene, aber... Da, das K Ach, oder sind die hier jetzt am Ende verteilt, oder wie? Nee, du zeig mir das da oben, das Ende ist Bitte sag es mir Wie, daraus wird ein Labyrinth? Nee, das kann ich nicht Nein, na gut Glück gehabt Ah, okay Die sind alle jetzt auf einem Fleck Boah, ich dachte schon Dass das Level jetzt noch Irgendwie weitere 10 Jahre geht, oder sowas Nein, du sollst hier Du sollst da runter Idioten Plattform Immer wenn ich dem Ding zuvor kommen will Ja, nein Aktiviert es doch nicht Das Level macht mich fertig Ganz ehrlich, das macht mich fertig Und es nimmt mir gerade jede Achtung vor dem Spiel So leid es mir tut, aber So, ist das nun... Ja, jetzt auch noch von Plattform zu Plattform Komm Übertreibt es halt ein bisschen Ja Ich hab's vorhin schon erwähnt Die Dings, die Schwierigkeitsverteilung ist sowas von Von Arsch gerade Das gibt's nicht Da ich eh wieder Game Over bin, wenn ich hier sterb Ich weiß gar nicht Wie gesagt, ich bin kurz davon, die Safe State zu setzen Eigentlich hab ich keinen Bock, dass Spiel das anfangen Mit Safe State zu spielen Obwohl es das Level eindeutig verdient hat Ja Oh ja, komm Ja, Game Over Von mir aus, ja Hallo Gespeichert haben wir in dem Höhenlevel Immer noch nicht, gell Nein, so wie es aussieht Nicht Das Höhenlevel mach ich jetzt aber nicht nochmal Äh, ja Ich würd sagen, weil ich jetzt gar keinen Bock gerade mehr auf das Spiel hab Ähm Sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Donkey Kong Land Wenn's weitergeht mit der dritten Welt Und dem Verdammt nervigsten Luftlevel, das ich je gesehen hab Also dann Tschau Das ist jetzt mal heiß Und Tim